willkommen zu frequent traveler tv heute aus warschau aus dem wunderbaren hilton aus einem der obersten stockwerke ihr könnt hinten erahnen ihr seht ja auch meine hände im spiegel wie hoch ich bin was war es jetzt 25 etage oder was das war auf jeden fall wollte ich euch heute die auf den tisch geschlagen wollte ich euch die themen des tages nicht verwehren bei der 787 gibt es wieder auslieferungs stopp dann gibt es einen streik an flughafen köln bonn und düsseldorf öfter mal was neues dann haben wir ihr ag und europa da gibt es wohl eine lösung und ich habe heute ein deal so ein deal mit der ita aber da gibt es ein problem mit den meilenwerten lasst uns direkt eintauchen ich muss nämlich gleich zum stammtisch unten im hilton hier in warschau also insofern lasst uns attacke reiten boeing muss die auslieferung seines langstreckenjets 787 wieder stoppen es gab da ja probleme ohne ende die fra wollte jedes flugzeug per handschlag verabschieden und jetzt ist es so dass es neue untersuchungen an komponenten gibt die ja die nachgearbeitet werden müssen und das teilte die faa mit die auslieferung wird nicht fortgesetzt bis die faa eine zufriedenstellende problemlösung hat wir kennen diese formulierung ja schon und boeing hat sich bis jetzt noch nicht geäußert zumindest nicht meiner kenntnis nach anleger reagierten da natürlich relativ uncool drauf ich glaube ich werde auch relativ unentspannt nachbörslich sind die aktien dann um knapp drei prozent gesunken die freunde bei lufthansa werden wahrscheinlich auch nicht hurra schreien weil sie probleme haben weil lufthansa sagte ja dass noch zum monatsbeginn in kürze die vierte 787 kommt und man braucht händeringend flugzeuge für den sommerflug plan ich könnte jetzt natürlich logischerweise sagen hey 380er und ich sage euch es kommen 14 stück zurück ich kann dafür nichts gewinnen aber so ist das halt was ist das problem und zwar ist es so dass es auch wieder ein problem ist und zwar wo haben wir es wo haben wir das denn nachbörslich auslieferung ich weiß es gar nicht es war wieder ein teil wo irgendwas nicht nachgearbeitet war ordentlich und da gibt es auch noch weitere montage fehler auch an dem druck schott gab es ja problem also es gibt da probleme ohne ende und ich gucke gerade ob ich den wirklichen grund finden habe ich jetzt gerade nicht gesehen warum das wird wall street journal das berichtet hat aber hey wenn die frai das sagt dann ist da wohl was im argen aber jetzt sagt bitte nicht die 350er ist besser oder sowas ihr wisst ja wie es ist im fußball habt der scheiße am fuß habt der scheiße am fuß und so ist das dann auch bei boeing die haben halt einen schlechten lauf und die 787 ist jetzt nicht wirklich so ein schlechtes flugzeug wie es da scheint und es gibt halt da jetzt keine kurze leine keine lange leine die werden an der kurzen leine gehalten wegen der 737 was ja auch richtig ist so dann haben wir das aus dem weg geräumt was wir jetzt aus dem weg müssen ist der streik in köln bonn und düsseldorf der tarifstreit des öffentlichen dienstes und da geht es irgendwie um 2,5 millionen verdi angestellte und beschäftigte des bundes und der kommunen und da will man jetzt wirklich einen warnstreik am montag machen und man möchte in der nacht von sonntag auf montag mit den streiks beginnen ich bin da jetzt kein großer freund von die hinter im hintergrund sind dass wir die verhandlungen aber wir hatten doch gerade erst am freitag also quasi heute vor einer woche diese sieben flughäfen die bestreikt worden sind und da müsste das auch jetzt die dritte runde sein das kann doch wirklich nicht wahr sein und man hat den bundesweiten verhandlungen bei den beschäftigten bundekommunen potsdam am donnerstag ein angebot vorgelegt und zwar die arbeitgeber und die arbeitgeber haben gesagt dass man von insgesamt fünf prozent in zwei schritten und einmal zahlungen in höhe von insgesamt 2500 euro die ganze sache vom tisch haben will die gewerkschaften wiesen das angebot der arbeitgeber allerdings als völlig unzureichend zurück frage ich mich okay denn man fordert 10,5 mehr einkommen und mindestens 500 euro im monat am 17 märz soll die tarifhandlung für die beschäftigten bundekommunen fortgesetzt werden also ich dachte nichts zu die flughäfen haben natürlich beeinträchtigungen und 330 flugbewegungen sind geplant am 27 kannst du nicht ausdenken wo wir auch so unsere zweifel hatten aber das ist anscheinend jetzt zu einem guten ende gekommen ist er europa der britische airways also british airways konzern ihg hat jetzt gesagt sie übernehmen die spanische europa mit dem besitzer vom europa dem spanischen konzern gruppo global ja hat man jetzt eine übernahme der restlichen 80 prozent für 400 millionen euro vereinbart der mutter konzern der british airways das ist also iberia wo eling airlingos und level sagten am donnerstag abend das ganze in madrid 20 prozent des europa europa kapitals hat er bereits seit vorigen sommer man wollte die bude ja schon länger haben jetzt müssen aber mal schauen ob wir da eventuell wieder steine in den weg gelegt kriegen von der eu und wir sehen wirklich wie diese konzentration auf dem flugverkehrsmarkt passiert das heißt also immer mehr fluggesellschaften gehen zusammen und fusionieren und da bin ich mal gespannt wie das passiert ich denke mal dass es ja bei himm frankfurter nicht unbedingt so happiness auslöst aber gut was willst du machen die lufthansa hat das halt so man kann damit aber auch dann halt auf den lateinamerikanischen markt weiter wachsen haben wir mit iberia ein und wir buchen für viele kunden auch europa weiß eine sehr gute fluggesellschaft ist und auch flugziele hat wie zum beispiel panama haben wir glaube ich gemacht dann haben wir auch was haben wir noch gemacht in panama aber ihr wisst ja südamerika halt und das ist doch in ordnung dann gibt es wieder ein deal so ein deal und da gibt es für euch logischerweise auch wieder einen kleinen schmankerl und hier ist dann die karte dazu und mit der karte gucken wir uns das ganze an das ist dann ein flug der mindestens bis samstag sonntag nacht beinhalten müsste dann wichtig ist dass ihr mindestens drei tage aufenthalt habt ist eine rate von der ita also von der alitalia in der buchsklasse i der flug geht in madrid los und ihr wundert euch wie man über vier mitschino danach rumfliegt und dass das kostet kosten sind wir bei 1379 euro angefangen das ist ein meinen augen auch ein super deal wenn ihr jetzt noch mal schauen wollt wie die verbindung ausschaut dann gucken wir uns das ganze direkt an ich scrolle für euch den screen da ist das das kann ich mir das ein bisschen größer dass das auch ja so ist es doch hübsch da seht ihr auch die entfernung madrid für michino sind 829 4277 sind es dann bis bis jfk und wenn man jetzt das ganze noch mal zusammenrechnet sind das 10.212 meilen jetzt gucken wir uns das ganze an wie es bei where to credit ist und jetzt seht ihr da hat der las wieder nicht gearbeitet aber diesmal ist es nicht dass ich nicht gearbeitet hätte sondern da wollte ich doch nicht auf die werbung klicken sondern gehe hier auf und gucke bei ita da ist keine ita das heißt also ich kann da gar nicht ita eingeben ich kann auch nicht alitalia eingeben weil alitalia gibt es auch nicht also fallen die meilenwerte heute aus ihr habt gesehen ich habe alles gemacht menschenmögliche für euch ich danke dass ihr heute mich in meinem zimmer hier besucht habt in warschau im hilten ja ja hilten ich finde das hotel gar nicht mal so schlecht ich finde es gut man sieht natürlich dass das nicht mehr auf dem neuesten stand ist aber hey unter 100 euro finde ich alles tip top eine sehr gute lounge wasser habt ihr ja schon gesehen habe ich auch bekommen mit sprudel auch versuchen so zu trinken dass ich nicht aber und das dann auf youtube für ewige für die nachwelt auf jeden fall danke ich euch dass ihr heute bei frequent traveler tv dabei gewesen seid schaut morgen wieder rein morgen wahrscheinlich wieder aus dem studio oder unterwegs ich weiß nicht muss mal gucken denkt aber daran den kanal zu abonnieren die glocke anzumachen einen like da zu lassen und ganz ganz wichtig kommentieren kanal mitgliedschaft und ich freue mich 19 uhr morgen heute bin ich beim standtisch morgen bei euch und dann gucken wir mal was wir machen morgen ist ja schon wieder samstag die zeit rennt letzte woche um diese zeit war ich ja noch in los angeles war das schön bisschen sonne aber nun gut man kann nicht alles haben ich fliege ja auch wieder im mai nach la also alles tipptopp ich danke dass ihr heute dabei wart von den minuten her haben wir zehn minuten geschafft das ist immer wichtig danke euch und ich bin da jetzt einfach mal raus und melde mich dann ab mit meinem hipster look bis dann